Hallo meine Damen und Herren, willkommen zum heutigen Video. Es geht wieder weiter mit den Overwatches und mit einer kleinen aber feinen Information. Die meisten von euch wissen es bestimmt schon, ich bin Vater geworden, jetzt am Wochenende und zwar am Sonntag. Meine Tochter ist jetzt am Start und darum werden auch diese Woche die Streams nur, also wenn überhaupt, dann nur spontan stattfinden. Also ich werde euch da Bescheid sagen, aber heute sowieso nicht, also am Dienstag. Leider schaffe ich das Video hier nicht pünktlich bis vor 18 Uhr, das heißt vielleicht hocken ein paar im Stream und warten, dass der Stream anfängt, aber ich habe es in den Titel geschrieben, dass diese Woche halt sehr wackelig sein wird. Ich komme gleich noch kurz auf die Geburt zu sprechen, werde aber darüber sicherlich dann nochmal ein eigenes Video machen, wo ich einfach nochmal dann schön im Detail darüber alles erzähle, wie es war und so weiter und so fort und in den Streams werde ich ja sicherlich auch noch 30.000 Mal gefragt, deswegen kommt das dann alles noch. Ich spreche es gleich kurz an. Aber zuallererst wurden die Suspects von letztem Mal gebannt bis auf einen. Wir hatten vier Fälle, drei wurden gebannt und der nicht gebannte ist der aus dem Wingman-Fall. Ihr wisst bestimmt noch, der auf Short Dust. Wer also aktuell behauptet, dass Overwatch nicht zu gehen scheint? Naja, also ich meine, also entweder sind dann die Dinge hier falsch, diese Angaben hier oder ja, derjenige labert ein bisschen Käse. Und das wäre nichts Neues. Wir haben ja schon Videos gehabt und da will ich auf keinen Fall behaupten, dass ich immer vollkommen korrekt bin oder korrekt, die korrekten Infos raushaue ich, haue halt das raus, was ich kriege. Meine Quellen kennt ihr und wenn die falsch liegen, dann liege ich auch falsch. Aber wenn man dann in die Kommentare geht und sieht, dass dann jemand kommt und etwas behauptet und dann jemand vom selben Schlag kommt und er sagt, dass der gelogen hat und dann kommt ein dritter und sagt, ihr beide liegt falsch, dann ist die Wahrheitsfindung irgendwann schwierig. Ja, Suspect 1 müsste der aus dem ersten Fall gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich es in der richtigen Reihenfolge angeschaut habe. Wir hatten im ersten Fall den einen auf Mirage, der auf jeden Fall Vision Assist hatte und ich euch gefragt habe, ob ihr glaubt, dass da noch ein Aim Assist mit dabei ist. Vor fünf Tagen abgeschossen mit einem Gamebun. Suspect Nummer 2 hat vor zwei Tagen sogar ein Wackbun bekommen. Leckischmecki. Der Account sieht wie immer krepelig aus, wobei hier Dyson Sphere Program ein Spiel ist, das mich auch stark interessiert. Er hat schon 600 Stunden da drin gemacht. Der alte Hacker. Und Suspect Nummer 3 hat seinen Bann vor genau sieben Tagen erhalten. Falls sich jetzt jemand fragt, hey warte mal, vor sieben Tagen hast du doch das Video erst hochgeladen. Ich habe dieses Video am Montag erstellt, also einen Tag davor. Darum kommt das eben so mit den sieben Tagen hin. Immer wenn ich vorarbeiten kann, mache ich das. Meistens schaffe ich es aber nicht. Und mache dann halt das Video für den Dienstag, am Dienstag, das Video vom Donnerstag, am Donnerstag und so weiter und so fort. Gut, dann würde ich sagen, laden wir uns wieder vier neue Fälle runter. Und ich erzähle ganz kurz hier jetzt von der Geburt, vom Kind und so weiter und so fort. Zuallererst mal das Wichtigste, alle sind fit. Das Kind ist fit, meine Frau ist fit, ich bin fit. Gut, ich habe auch am wenigsten gemacht. Alle sind gesund, außer er hier im Kopf, der scheint nicht sonderlich gesund zu sein. Den machen wir mal. Weck, die E. Hat er zufällig Skins am Start? Nee, komplett ohne Skins ist auch immer komisch, oder? Die meisten haben doch immer irgendwas, irgendwas mal gedroppt bekommen. Aber nein. So, und weg mit dem Keck. Also, die Geburt an sich lief auch gut ab. Wir konnten alles genauso machen, wie wir es geplant hatten. Also, wir waren einfach nur zu dritt mit der Hebamme und dann mit Kind zu viert. Wir haben das in einem Hebammenhaus bekommen, unser Kind, und konnten, wartet kurz, nicht, dass ich mich hier verklickt habe. Yes, weg mit dir, Löch! Und konnten, ja, eben es genauso machen, wie wir wollten. Also, sie wollte auf keinen Fall ins Krankenhaus. Wenn es hätte sein müssen, klar, hätten wir es gemacht, logisch. Aber sie hat halt von ihrer Mutter und auch schon von anderen Frauen so gewisse Horror-Stories eben mitbekommen. Was nicht heißen muss, dass es immer so ist, aber wenn man halt sowas mal gehört hat, kriegt man halt schnell Schiss. Und da eine Geburt ja auch sowas extrem Emotionales ist, also gerade für die Frau, weil man ja mit dem ganzen Körper und alles von hin und her, ist es halt wichtig, dass da alles stimmt und man im Vorfeld eben auch mit einem guten Gefühl hingeht. Und wir haben gesagt, wir machen das bei der Hebamme, so haben wir es auch gemacht. Wir hatten eine eigene Wohnung, so wie eine Einliegerwohnung, mit, ja, Schlafzimmer, Wohnzimmer in einem, mit einer Küche, mit einem Bad und so weiter. Und wir haben in diesem Raum dann unser Kind zur Welt gebracht und da eben dann auch uns ausgeruht, geschlafen und so weiter und so fort. Und die Hebamme war praktisch rund um die Uhr für uns da. Also es war eine Eins-zu-eins-Betreuung. Das war uns, wie gesagt, ganz wichtig. Ich habe natürlich am Anfang ein bisschen Schiss gehabt und man hat so diese, also als Mann, was natürlich komplett fies ist und das ist auch nicht das Richtige, aber man hat diese Vorstellung von früher, von so den 70ern, 80ern, vielleicht auch noch ein bisschen in den 90ern, ich weiß nicht, wie das damals schon war, im Kopf, dass man kommt ins Krankenhaus, die Frau kommt in den Raum, man ist noch kurz da, geht dann raus, du hörst Geschrei, sitzt draußen mit deinem Kumpel oder was weiß ich, mit dem Arzt raus, eine Zigarre, trinkst ein Brandy, bist ja so wie ein Film halt und dann hörst du, dann gehst du hin, dann ist dein Kind da, haha, und dann trinkst du dein Kind raus und hast auf einmal einen Anzug an oder so. Das ist natürlich für den Mann ultra chillig, aber ich kann euch direkt sagen, kompletter Quark. Also wenn man das wirklich, was heißt miterleben möchte, wenn ihr Kinder bekommt, seid da mit dabei. Also ich war komplett mit dabei, wir haben im Vorfeld Stellungen gelernt, wie man das Kinder eben, oder wie man am besten Kinder bekommen kann und bei diesen Stellungen ist der Mann immer dabei. Also man drückt und zieht und presst immer mit. Ich stand nicht neben dran oder hab mich irgendwo hingesetzt, sondern ich war voll dabei. Ich war so voll dabei, dass ich eben nicht nur gut zugesprochen hab und zum Beispiel ein Bein gehalten hab und mitgedrückt hab und sie an manchen Stellen vielleicht auch ein bisschen rund gemacht hab, damit sie, wenn sie eh schon gerade drückt ohne Ende, das nicht vergisst. Zudem hab ich eben auch dann, als es dann Richtung Endspurt ging, ihr dann eben auch vermitteln können, dass es wirklich gleich soweit ist, weil ich hab natürlich auch immer wieder geguckt, wie es aussieht und man hat halt gesehen, wie es langsam kommt. Die Wehe kommt, du siehst den Kopf vom Kind ein bisschen schon und dann geht er wieder weg und ich hab mir gesagt, das machst du so gut, sie ist gleich da, komm, das Bein nochmal genommen und dann zusammengedrückt und so. Also wir haben das Kind zusammenbekommen, auch wenn sie auf jeden Fall deutlich, deutlich, deutlich krasser gelitten hat als ich, logisch. Bei mir ist noch alles ganz normal da unten und vor allem drin und bei ihr muss ich jetzt erstmal alles zurückbilden. Auch wie groß das Kind da drin schon war, sie war 55 Zentimeter groß, das ist ja ultra viel. Alle Organe drücken sich irgendwo hin, sind woanders und das muss jetzt erstmal wieder zurück. Jetzt würde ich ja gerne geschwind einen Fall reindrücken. Hallo, hä? Jetzt könnt ihr mal sehen, wie lange das bei mir geht. Das war ein Dauer mit dem Scheiß. Ich mach mal eben einen Schnitt und geh rüber zur Madame und guck, ob alles gut ist. Ja, und ab dem Moment ging es dann eigentlich sehr flott. Also was heißt flott, das waren bestimmt dann noch 20, 30 Minuten und sehr, 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 sehr anstrengend für meine Frau. Aber es hat funktioniert. Logischerweise. Es ist ja die Natur und die findet ihren Weg. Als das Kind dann draußen war und dann noch die Plazenta rauskam und sowas, hat man gesehen, dass sie ein bisschen mehr Blut verliert als normal oder als sonst, weil die Plazenta wohl irgendwie seitlich abging oder so und da ist halt dann nochmal richtig was dabei und es war auch noch voll viel Fruchtwasser drin, das dann auf einmal mit dem Blut rauskam. Es sah halt dann aus wie in einem Schlachthaus, aber es war nicht viel. Wie gesagt, bisschen, bisschen marginal mehr als im Standardfall und darum waren wir dann auch eine ganze Weile noch da. Also wir waren im Geburtshaus noch, wobei das ist wahrscheinlich für die meisten, die im Krankenhaus sind, gar nicht lange. Wir sind am selben Tag noch heimgefahren. Wir waren bis, ich glaube, 20 Uhr. Also wir sind morgens um halb zehn hingekommen. Drei Stunden später war das Kind schon geboren. Also sehr schnell auch alles. Und dann waren wir noch bis ungefähr 20 Uhr, 21 Uhr im Geburtshaus und die Hebamme hat gesagt, hey, also wenn du dich, wenn ihr euch gut fühlt, ich war dann natürlich auch fertig. Ich habe dummerweise nicht geschlafen. Ich habe blöderweise von Samstag auf Sonntag, ich war noch eine ganze Weile am PC, ich habe schon irgendwie gemerkt, dass die kommt jetzt, dass das Kind kommt und war schon ein bisschen aufgeregt, obwohl Madame gesagt hat, nee, nee, das ist noch ein paar Tage hin, aber ich habe gesagt, nee, die kommt, die kommt. Und um zwei Uhr, ich wollte eigentlich gerade Richtung Bett gehen, erfahre ich dann, dass die Wehen anfangen. Das hieß dann für mich direkt, ich werde nicht mehr schlafen, bis das Kind dann da ist und darüber hinaus. Da ich aber ja der Fahrer bin, musste ich mich halt auch ausruhen. Ich habe nicht geschlafen gehabt und habe diese Geburt hinter mir. Und auch wenn das vielleicht gerade für Frauen, die schon Kinder geboren haben, irgendwie anmaßend klingt, ja, aber ich fand es auch sehr anstrengend. Ich war, wie gesagt, komplett dabei, ich habe mich keine Sekunde hingesetzt, ich war die ganze Zeit mit an meiner Frau und am Kind, habe immer wieder in den Pausen das Wasser gereicht und habe halt eben mitgedrückt, sie hat sich in mich reingekrallt und sowas. Bei manchen Stellungen war sie auch auf mir draufgekniet, auf meinen Beinen und sowas. Also ich war auf jeden Fall involviert, von Anfang bis Ende. Und ich war natürlich auch fertig. Und wir haben dann eine gute Zeit gepennt, ich glaube, ich habe zwei Stunden geschlafen ungefähr, sie glaube ich fast gar nicht, vielleicht eine Viertelstund, weil die Hormone einen dann überhaupt nicht mehr schlafen lassen. Also ich habe auch Schwierigkeiten gehabt, aber ich wusste, ich muss ja fahren. Ich kann das nicht einfach. Übrigens, was würdet ihr ihm hier drücken? Achtet mal auf seine Awareness, wann er wie... Wann er wie Gegner sieht. Äh, ja. Schicke Flash übrigens. Er war... Ultimate Fact betreiben sich ja beide, also er hat nicht getroffen. Die anderen treffen ihn ja dauernd, aber er hat, glaube ich, bis jetzt noch niemanden genudelt. Oder ich labere zu viel und kriege es nicht mit. Er ärgert die anderen. Könnte vielleicht Richtung Grief gehen hier auch, unter anderem. Natürlich könnt ihr wie immer in die Kommentare schreiben, was ihr hier von ihm haltet. Er schmeißt hier... Ist das eine Fixpunkt-Smoke auf Whitebox? Bra. Nice. Okay. Komisch. Der Gegner ist umgefallen, bevor er geschossen hat. Demo-Fehler? Keine Ahnung. Das kam irgendwie so spät an. Er achtet mal genau, wie er aimt und wohin die Kügelchen, ähm, fliegen. Aber dass er dann da nicht, ähm... Ja, bin ich gespannt, was ihr sagt. Auch wieder... Auch wieder ein schöner Fall eigentlich, oder? Klar, die ganz krassen Profis sagen jetzt... Naja, kein Fall ist schön. Alle sind entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Ist ja eindeutig. Aber ich finde ihn nicht schlecht. Guck mal, er ärgert ihn. Also vielleicht ist da auch Grief mit drin. Er guckt mal nach seinen Stats. Ja, 20, 5, 6. Geht schon ganz gut ab, ne? Ja, naja, um das jetzt zum Ende zu bringen, wir sind dann abends heimgefahren und sind dann seitdem zu Hause. Also waren, ähm, zwölf Stunden aus dem Haus, um die restlichen Wehen zu erledigen und dann das Kind zu bekommen und dann kurz ausruhen und wieder nach Hause. Die Hebamme bekommt im Moment jeden Tag. Alles läuft super, Kind ist gesund und, äh, verläuft in den richtigen Bahnen. Ja, es hat auch alles direkt, ähm, direkt funktioniert. Also jetzt so mit dem, mit dem Anlegen zum Trinken und so weiter, mit dem Schlafen und hin und her. Die erste Nacht war ultra nice, also ich, entweder haben wir Glück, wobei wir die ganze, die ganze Schwangerschaft dann, glaube ich, schon Glück hatten, weil alles halt super lief. Sie hat Schiss gehabt, dass sie irgendwelche, irgendwelche Streifen bekommt, ne? Diese Wachstumsstreifen, weil sie halt, von sich aus sagt, sie hat schlechtes Bindegewebe, aber das ist nix. Und alleine als wir hinkamen, ne? Ich fahre, Madame hat, hockt neben mir natürlich mit Wehen und ich war schon lässig, aber man ist natürlich innerlich schon so ein bisschen aufgeregt, weil man weiß gleich, kommt mein Kind und meine Frau geht ab, ähm, mit den, mit den Wehen. Und ich hab mich dann gefragt, wo, können wir wohl parken? Und natürlich war genau vor dem Geburtshaus, direkt davor, der Parkplatz 2. Ich weiß nicht, ob sie uns hier freigehalten hat, keine Ahnung, aber der war einfach frei. Da wusste ich auch wieder, easy, easy peasy. Ja, nix ist ja da, alles chillig. Die Streams werden dann diese Woche eher sporadisch ablaufen, beziehungsweise spontan, ich sag euch einfach Bescheid. Also heute, am Dienstag, gibt's wie gesagt keinen. Vielleicht merke ich am Donnerstag ein bisschen an, ich guck mal. Ich hoffe, ihr habt mittlerweile die Kommentare geschrieben, was ihr wohl glaubt, was der Knilch hier anhat, oder eben auch nicht. Ihr könnt ja kurz ein Video anhalten, schreiben und dann wieder weiter. Ja, er steht doch ab und an rum, dreht sich komisch um, ich weiß auch nicht. Hat er jetzt wirklich hinten abgeaimt? Das ist also... Seine Mates sind ja noch gar nicht vorne. Er ist schon so ein kleiner Knubi-Bubi, oder? Würdet ihr sagen, da ist ein Aimer mit dabei und falls ja, hat er ihn eben benutzt. Sah ein bisschen nach mir in den Low Games aus. Ich plädiere da immer noch ein bisschen auf Grief auch. Also er blockt sie immer wieder, es kann auch sein, dass die Dinge bei einem Schnitt halt wegfallen, aber er blockt sie halt immer wieder. Sie schauen sich an und da ist schon wieder eine Nade. Ah ne, die war von einem Feind. Sie beschmeißen sich gegenseitig mit Nades. Also meistens die anderen auf ihn. Und er rennt dann hin und stellt sich auf sie drauf oder sowas. Vielleicht sind es Kumpels. Es wirkt so, als wenn es Kumpels wären. Deswegen weiß ich da gar nicht, was ich drücken soll. Weil die Mates es ja auch machen. Also normalerweise würde ich sagen, egal was die Mates machen. Wenn du jemanden anschießt oder er schießt, nur weil er dich angeschossen hat, dann seid ihr beide Griefer. Aber so wie er sich eben hier ergibt, wirkt es so, als wenn es Kumpels wären, die gemeinsam rumdödeln. Schon wieder hat er hier eben den Kollegen einfach nicht durch die Tür gelassen. Der musste dann oben durchs Fenster. Das ist natürlich bei einem Nicht-A-Go, wie es jetzt zum Glück der Fall ist, sondern bei einem B-Go, ist das halt fatal. Wenn du als zweiter B-Spieler nicht auf B kommst, weil dein Dödel-Mate einfach in der Tür steht und du dann nochmal extra ans Fenster musst. Die ersten paar Sekunden zählen da, das wissen wir alle. Er aimt mit A und D von links nach rechts. Das mache ich auch oft. Fadenkreuz steady halten und dann einfach nur hin und her. Also da sind stabile, stabile Headshots dabei. Ja, Leute, also ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Also das hier werde ich auf jeden Fall verschleiern und auch überschneiden, was ich ihm drücke. Ja, da freut er sich, da freut er sich. Hat er jetzt eine 30er-Bombe schon durch? Ah ja, 31. Hör mal auf, mir wird schwindet dich, Alter. Ah ja, und der Fall ist aus, sehr schön. Ich drücke mir jetzt das, was ich glaube und lese dann später, was ihr geschrieben habt. So, Dela, und einen dritten Fall kann man schon auch nehmen, ne? Ich würde sagen, wir machen heute nur drei, weil ich habe jetzt so viel zwischendrin gelabert, dass die... Na, Alter, es geht doch. Dass die Videozeit sonst, äh, ja, dass sie nichts zu verlangen wird. Übrigens werde ich natürlich auch dann, äh, das Knife-Giveaway im Livestream um eine Woche verlängern, das ist klar. Auch wenn ich diese Woche schon, äh, wieder weiter streamen sollte, Donnerstag, Freitag oder nur Freitag oder wie auch immer. Ähm, trotz dessen gebe ich euch einfach nochmal eine Woche mehr Zeit, um Bubble-Dollar zu sammeln und dann beim Knife-Giveaway mitmachen zu können. Zu meiner Aktivität jetzt, äh, mit dem Kind, also, ich denke, Videos sind nach wie vor kein Problem. Heute kommt ein Overwatch, am Donnerstag kommt, ähm, kommt nochmal ein Gamble-Video und, ja, vielleicht haben wir heute noch eine Kleinigkeit, irgendwie so Talk-mäßig. So wie das letzte auch. Das war so eine Sache, über die ich mit zwei, drei Leuten gesprochen habe, mit dieser, mit dieser Onlyfans-Kacke, ihr wisst schon. Und da dachte ich mir, ach komm, da kann ich ja mal so reinhorchen, mal abklopfen, wie es so auf YouTube, ähm, gesehen wird. Also, ich hab auf jeden Fall unterschiedliche Zuschauer zum Teil auf Twitch und auf YouTube. Die Leute auf Twitch sind meistens auch immer auf YouTube, aber die Leute auf YouTube, ähm, sind nicht immer auf Twitch. Also, da sind viele nur auf YouTube unterwegs und da kann man so Sachen ja auch mal machen. So ein kleines Umfrage-Video oder über irgendein aktuelles Thema schwätzen und so weiter und so fort. So, Leute, was würdet ihr sagen, ist euch schon was aufgefallen? Hat der vielleicht ein bisschen Info, der Kollege? Übrigens, Skins sind am Stiesel, ne Forest Leaves, mhm. Also, die kommen schon mittlerweile close auf Mitte. Er muss da oben einen nudeln und weiß doch ziemlich, okay. Es wirkte so, als wenn er durch die Wand, Fokus auf den Linken hätte, der gerade rumgejumpt kam. Und dann lockt er auf einmal. Ist da jetzt einfach mal gelockt? Dann lockt er auf einmal auf den anderen ein, Monsieur. Das ist aber merkwürdig, war der etwa näher an dir? Ja, also, ich würde sagen, hier ist auf jeden Fall... Guck noch einmal, guck noch einmal kurz. Ich will mal sehen, wo du hinfokussierst. Na gut, es wird wahrscheinlich angesagt, nur noch einer Mitte. Und der andere sieht ihn, dass er bei Cher ist. Aber, äh, ja, wenn man so darauf achtet, worauf er eben guckt und worauf... Oder wohin er nicht guckt. Er riecht so ein bisschen, wo der Feind steht. Also könnte man hier wohl... Oh, wahnsinnige Flash. Die hast du aber schön geworfen, ja. War eine One-Way-Flash. Hm. So, Palace. Ähm, trifft nicht, okay. Und er leckt übrigens auch. Also, er hat die ganze Demo leckt. Oh, da hätte er sich vielleicht etwas früher überlegen sollen, ein Stück zurück zu gehen. Oh, wow. Du bist aber auch... Du bist echt ein Keck, was machst du denn? Den hat er gesehen. Er trifft ja überhaupt nicht. Hä? Er weiß, wo die stehen, aber trifft nicht. Obwohl er auch Zeit hat zu aimen. Hat er irgendwie einen Schlaganfall oder was? So, er hat hier das Wissen... Ähm, über die AWP und dass die auch gerade reingeaimt hat. Und er weiß auch hier, wo er ungefähr steht und kriegt trotzdem die Hucke voll, weil er nichts trifft und vor allem nicht abdrückt rechtzeitig. So, schon mal vorgeschossen. Ein bisschen, aber das kann man ja machen. Hätte ich in dem Fall auch gemacht. Aber er ist ja komplett boppig unterwegs. Holy fuck. Hat er überhaupt irgendwie mal Fracks gemacht zwischendurch? Ha. Monsieur 445. Warte mal, stopp. Stopp, stopp. Ich finde meine Maus nicht. Ey. Hör mal auf. Geh nochmal auf die Mitte. Und jetzt zeig mal her, was du durch die Smoke so geben kannst. Die AWP erwartet dich, das ist klar. Er schmeißt die Nade sehr, sehr schön auf ihn drauf. Also richtig gut drauf. Hier geht er jetzt in Firefight nicht ein. Er kriegt mit, dass auf A Terror ist. Also auch ganz ohne. Ganz ohne in Warlock oder sonstiges. Die Mates kreischen wahrscheinlich. Oh, da wird hin und her gehoppelt. Den Impelers, den scheint er wieder... Scheint er wieder zu riechen. Und auch hier... Ah, okay. Der ist wahrscheinlich auch wieder angesagt. Aber er ist ganz schlecht. Er ist ja echt bad, der Kollege. Mal gucken, wer jetzt gegen diese AWP vorgeht auf Mitte. Das sind sogar... Das sind sogar alle. Auf Mitte sind alle fünf. Er wusste, dass er schon so weit ist. Oder so nah vielmehr. Hm. Also ich würde hier auf jeden Fall auf Vision Assist plädieren. Aber sonst... Also die... Die... Seine Aimerei ist ja wirklich unter aller Sau. Das ist ja ekelhaft. Na, da ist er. Der ist er. Er kommt. Hat man aber auch Steppen gehört. Also auch ohne... Okay. Dieser Step von dem Feind, dass er da hinschlappt, war ja vorauszusehen. Aber wenn man ihm so zugeguckt hat, was er so getrieben hat. Er hat überhaupt nicht wie so ein Mr. Weitsicht agiert, sondern vielmehr wie ein Mr. Nachsicht oder sowas. Hier könnt ihr natürlich auch wieder gerne schreiben, was ihr ihm gedrückt habt. Somit sind wir dann für heute wieder durch. Vielen Dank für die ganzen Glückwünsche. Ganz vorne noch mit dazu gesagt, auf Twitter und auch auf Discord habe ich ganz viele bekommen. Und ja, da wollte ich nochmal Danke sagen. Schön, dass ihr so an uns denkt und dass ihr eben auch so mitfeiert. Und natürlich auch wie immer vielen Dank fürs Zusehen, für die Kommentare, für die Likes und so weiter und so fort. Wir sehen uns dann im nächsten Video am Donnerstag. Gamble BuBamble auf Zero Skins und vielleicht dann auch im Stream am Donnerstag. Aber ich kann es noch nicht versprechen. Haut rein!